Für den Los Angeles Cop Jack Treven begann das Spiel mit einem gnadenlosen Test. In einem Bus ist eine Bombe. Wenn er unter 50 fährt, explodiert sie. Was machst du? Jetzt ist er die einzige Lösung. Das schaff ich nie! Gib Gas! Keanu Reeves Dennis Hopper Sandra Bullock Speed Ein verdammt harter Cop Eine verdammt gute Busfahrerin Und ein Handy, auf das man sich verdammt nochmal verlassen kann. D1, das Handy zum Film. D2, das Handy zum Film.